Ich lerne Deutsch. Nummer 7976 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Hast du auch eine Katze? Nach einer langen Schicht braucht der Arzt eine Pause und setzt sich hin. Bettina ist mit meiner Leistung zufrieden. Sie wird in wenigen Wochen wiederkommen. Bettina ist mit meiner Leistung zufrieden. Sie wird in wenigen Wochen wiederkommen. Bettina ist mit meiner Leistung zufrieden. Sie wird in wenigen Wochen wiederkommen. Die meisten Wege mache ich mit dem Fahrrad. Für längere Strecken nutze ich Bus oder Bahn. Die meisten Wege mache ich mit dem Fahrrad. Für längere Strecken nutze ich Bus oder Bahn. Die Schönheit eines Gedichts liegt oft in der Wahl der Worte und ihrer Anordnung. Die Schönheit eines Gedichts liegt oft in der Wahl der Worte und ihrer Anordnung. Ich habe eine ruhige Lebenseinstellung und entspanne mich so oft es geht bei Musik. Ich habe eine ruhige Lebenseinstellung und entspanne mich so oft es geht bei Musik. Ich liebe Erfolg. Der neue Arbeitgeber hat mir den unterschriebenen Vertrag geschickt. Ich liebe Erfolg. Der neue Arbeitgeber hat mir den unterschriebenen Vertrag geschickt. Ich liebe Erfolg. Der neue Arbeitgeber hat mir den unterschriebenen Vertrag geschickt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Vielen Dank.